Ich bin der Benjamin Liedlbauer, bin 21 Jahre alt, bin Jugendvertrauensratsvorsitzender bei der BMW Modernen Steyr und bin heute zum Geschäftsführer und zum Bundesjugendvorsitzenden der Pro-G-Jugend gewählt worden. Es fühlt sich nur ein bisschen surreal an und ich glaube, ich muss das Ganze ein bisschen verdauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Herausforderung, und es gibt einige Punkte, die wir richtig anreißen müssen. Ich möchte da weiter tun, wo der Jose aufgehört hat und vor allem ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Lehre aufwerten. Wir Jugendvertrauensrätinnen und Räte wollen für unsere Lehrlinge die bestmögliche Ausbildung. Ganz wichtig sind die Berufsbilder und extrem wichtig, fast das Wichtigste ist das Arbeitsumfeld, das Arbeitsklima. Die Modernisierung der Berufsschulen ist extrem wichtig, weil genau dort lernen unsere Lehrlinge die Theorie dann nach und in die Praxis umzusetzen. Ganz wichtig ist, dass das Lehrlingseinkommen erhöht wird. Die KV-Verhandlungen, die wir jetzt in der Frühjahrslohnrunde abgeschlossen haben, die haben gezeigt, dass es möglich ist. Jawohl. Wir haben jetzt schon in mehreren KVs, in Tausender im ersten Jahr dabei und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn die Lehrablaufprüfung abgeschlossen ist und der Jungfacharbeiter in das richtige Berufsleben einsteigt und er merkt, er möchte sich weiterbilden, dann sollte es viel einfacher sein und viel einfacher werden. Fortbildung ist gut. Fort- und Weiterbildungen sollen für die Jungfacharbeiter einfacher zugänglich sein. Und der Lehrberuf ist gerade in der heutigen Zeit extrem, extrem viel wert. Wir haben generell einen Fachkräftemangel und wir brauchen unbedingt wichtige und gute Fachkräfte. In den letzten Jahren ist die psychische Belastung bei den Lehrlingen extrem angestiegen. Und genau da ist der Jugendvertrauensrat wichtig, der muss da sein und muss da der Ansprechpartner sein für die Lehrlinge im Betrieb. Es ist genau wichtig, dass ein Jugendvertrauensrat gerade im ersten Lehrjahr da ist und für die Lehrlinge da ist. Gerade im ersten Lehrjahr, wo du gerade frisch ins Berufsleben einsteigst, da brauchst du wen, der was dir an der Hand führt und der was mit dir dem Weg geht. Ein sehr großes Augenmerk möchte ich auf jeden Fall auf der Aufwertung in der Lehre sehen. Es darf nicht sein, dass ein Jugendlicher nur eine Schwimm macht, weil er sagt, wenn ich eine Lehre mache, dann habe ich noch keine Möglichkeiten mehr. Passt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Herausforderung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Herausforderung. Vielen Dank.